Der KV Mechelen ist ein Fußballverein aus dem belgischen Mechelen, der 1904 gegründet wurde. Die Vereinsfarben sind gelb und rot. Geschichte Der Verein wurde viermal belgischer Meister und hatte seine größten Erfolge Ende der 1980er Jahre mit finanzieller Unterstützung von John Cordier. Trainer in dieser Zeit war AADDMOS. Höhepunkt war der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger 1988. Das Finale in Straßburg wurde gegen Ajax Amsterdam mit 1 zu 0 gewonnen. Bekannteste Spieler bei diesem Erfolg waren Michel Preudom, Gräme Routjes, Erwin Kömmen, Marc Gämmers und Leo Kleisters. 2002 bekam der KV Mechelen schwere finanzielle Probleme. Eine Streichung aus dem Vereinsregister konnte durch eine Sammelaktion von Marc Huizahöven, Pietenburg und Fieffernhof verhindert werden. Dennoch stieg der Verein in die dritte Division ab. In der Saison 2004-05 wurde das Teammeister und stieg in die zweite Division auf. In der Saison 2006-07 belegte der KV Mechelen den 2. Platz in der zweiten Liga und schaffte in der Aufstiegsrunde die Rückkehr in die erste Division. Der Verein trägt seine Heimspiele im AFAS-Stadion. Das 13.213 Plätze bietet aus. Vereinsänderungen 1904 FC Malines 1929 Royal FC Malines 1953 KFC Malines 1970 KV Mechelen 2003 Yellow Raid KV Mechelen Erfolge Belgischer Meister 1943 1943 1946 1948 1989 Belgischer Pokalsieger 1987 Europapokal der Pokalsieger 1988 UEFA Supercup 1988 Trophäeo Gamper 1989 Europa Pokal Bilanz Legende Gesamtbilanz Vereinswappen Historie Punkt 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 Siehe auch Europapokal der Pokalsieger 1987 88 Still 0 0 Was 0 000 ủ oplan 0 0 0 0 Vielen Dank.